Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, wir haben wieder ein Endauge. Das ist doch schon mal schön. Diamantschwert, Spitzhacke, Spitzhacke, behalte ich mal. Wir sind Level 30, das heißt, wir gehen erstmal schlafen. Genau. So, heute werde ich wohl Diamantschwert verzaubern. Und zwar jetzt genau gleich. Hm, ich sollte vielleicht mal die Musik ein bisschen leiser machen. So, ist gut. Hm, ich sollte mir vielleicht auch noch ein Schwert machen. Schwert habe ich nicht. Also muss ich, Alter, erinnert mich nicht. Zack. Schwert habe ich nicht, also muss ich mir eins machen. Und zwar aus Holz und Eisen. Sehr schlau, oder? Hier kommt Eisen. Und zack. Habe ich eigentlich meine ganzen Sachen irgendwo hingetan? Oder wieso sind die alle weg? Hm. Scheinbar sind die einfach weg. Oder ich habe die halt irgendwann mal verschwendet. Tja, ja. Hm, Eisenrüstung ist auch nicht mehr so toll, wa? Ist ja auch bald kaputt. Diamantschwert, aber. Vergessen mitzunehmen. Sehr gut. Dö, 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 dö. Äh, Diamantschwert ist hier. Ja, ich muss noch extrem viel Leveln fahren. Vielleicht mache ich mal irgendwann mal halt einfach so halbe Stunde nur fahren und das dann schnell durchlaufen lassen. Looting. Was heißt Looting nochmal? Deutsch. Plünderung. Sehr schön. Das wollte ich haben. Um ehrlich zu sein. Äh, Englisch. US. US. Gut, schauen, ob das stimmt. Äh. Ja, das ist gut. Ähm. Ja, wir haben jetzt ein mega fettes Schwert. Mit Plünderung. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Skelett oder sowas töten, äh, kriegen wir, haben wir eine hohere Chance, äh, zum Beispiel halt mehr von Knochen und Pfeilen und so ein Driss zu kriegen. So, machen wir mal zwei Spitzhacken. Zack, und dann noch eine Schaufel. So. Spitzhacke kommt hier hin, Schaufel hier, ach, sehr schön. Jetzt habe ich wieder so viel Kranmel bei mir. Brauche ich alles nicht. Alles Müll. So. Was könnte man jetzt eigentlich noch so machen? Eigentlich gar nichts mehr, außer Farmen halt, ne? Weil wir brauchen Gold und all so ein Kram. Also Gold braucht man nicht wirklich, weil wir haben jetzt Tränke. Aber wäre durchaus nicht schlecht, weil, äh, Goldener Apfel ist echt mega OP. Und ja. Wäre sogar nicht mal so schlecht, einen Goldenen Apfel zu haben. Oder vielleicht sogar mehrere. Es kommt ja jetzt drauf an, wie lange wir noch farmen müssen, um halt genügend Level in uns zu haben. Oh. Hoppala. Ich muss besser zielen. Zack. Hm, heute nehme ich auch nur so 30 Minuten auf. Netherwarzen. Jo, jo. Netherwarzen. Brauche man eigentlich gar nicht mehr so viele, ne? Ich glaube nicht. Ich meine, wir können ja eh nicht so viele Tränke mitnehmen, wie wir es haben, wahrscheinlich. Von daher. Kartoffeln wären aber noch nicht schlecht. Zwei Stück nur. Das ist aber enttäuschend. Hm. Ich meine, letztendlich. Weizen brauchen wir auch nicht mehr so viele. Und wieso kann ich hier nichts anbauen? War scheinbar verpackt. Zack, 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 zack. Ach, scheiß auf Weizen, ey. Ganz ehrlich. Ich gehe jetzt Hühner füttern. Ich gehe jetzt Hühner füttern. Weil die ja auch Dinge geben. Feder. So. Da sind noch mehr. Da sind auch noch ein paar. Sehr schön. War hier drüben nicht auch eins da. Hm, die haben scheinbar schon. Hm, dö, dö, dö. Ja, ich glaube, das war es auch schon. Dann kommen die Kier mal dran. Ich meine, das werden wir eh jetzt auch schon fast genug haben. Ist also auch schon unnötig, Kier zu füttern. Aber man kann es da noch machen. So. Ich denke mal, heute wird so ein Farm-Session. Wo ich mal einfach sehr lange farme. Und dann alles zusammenschneiden werde. Ja. Also schnell laufen lassen werde. Das klingt auch schon mal gut. Müll. Das ist eigentlich auch schon fast Müll, ey. Das kann man gebrauchen. Wir brauchen noch mehr Lager. Ach, ganz ehrlich, das können wir wegreißen. So viele Öfen brauchen wir auch nicht. Dafür machen wir jetzt mehr Lager für Müll. Nein, theoretisch könntest du auch wegschmeißen, aber... Warum viel will ich nicht? Hm. Nein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Vier mal acht. 31. Sehr schön. Sollten ja perfekt passen. Hoppala. Wenn man sich nicht verklickt. Und vier. Schöss. So, ja, schön. Stone, 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 stone. Cobblestone, stone. Einmal Wasser wäre nicht schlecht, aber wir tun jetzt mal hier eisenkalt. Unnötig. Eigentlich auch unnötig. Das tun wir mal hier lassen. Das nehmen wir mal mit, damit wir nicht immer wieder zurückrennen müssen. Bisschen Halt nehmen wir mal mit. Und... Bisschen... Eisen. So. Das können wir eigentlich auch hier lassen. Nee, Power 1 kann mitnehmen. So, Essen haben wir auch. Fackeln. Oh. Dann nehmen wir doch noch ein bisschen mehr Hals mit. Und zwar, um halt noch Fackeln zu machen. Kohle müsste ja hier drin sein, ja. Was haben wir denn noch so alles? Ein Wasser einmal kann ich wegschmeißen. Tum, Tum. Und dann Kohle. Äh, ich meine Fackeln. Ein Ei können wir hier lassen. Ach, Müll, komm her. Müll, 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 Müll. Müll, Müll. Feuer nehmen wir einfach mal mit. Weil wir es können. Und ja. Das kann man auch aus Müll abstempeln. Wir brauchen jetzt halt noch kurz Lava, äh, kurz Wasser. Ähm, Lavaplätze raus zu... Also, um, falls da Lava ist, alles zu Obsidian zu verwandeln. Und jo. Dann passt das eigentlich auch schon. Dann gehen wir farben. Ich werde da alles mit, keine Ahnung, fünffacher Tempo oder so durchlaufen lassen. Und dann soll es auch schon gewesen sein. Wir werden heute ein bisschen länger farben. Und zwar mal in eine andere Richtung. Ich glaube, da haben wir schon mal irgendwo was runtergegraben, oder? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Hm, vielleicht habe ich es noch falsch in Erinnerung, aber dann werden wir jetzt einfach hier runtergraben. Hm. Einfach hier runter. Hm, das ist schon mal Stone. Ach ja, und jetzt brauche ich eigentlich nicht mehr zu reden, denn jetzt wird ein Cut gesetzt. Aber ich könnte natürlich reden. Weil wenn ich das verschnellere, macht meine Stimme auch diese komische Sachen. Ihr hört es ja bestimmt jetzt. Und jetzt habe ich es noch gemerkt. Vielleicht, du geht es nicht mehr Days, oder? helft doch wieder. Ich kann mich auch in Erinnerung an. Ich würde meinen, sehr gerne, aber es auch sehr gerne, aber ich würde die uns nicht mehr zu nehmen. Also, das ist das anders. Und jetzt, wir sehen uns. Ich würde mich nicht mehr zu dopoßen an. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist so schön. Das war's für heute. Ah, tsch, 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 tsch. Tsch, 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 tsch. 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 Tsch, tsch.